Was denken Sie, wenn Sie das Wort Huhn hören? Vielleicht denken Sie, dass es nicht zu den intelligentesten Tieren gehört. Es hat keine Bindung zu den Menschen. Es erscheint, wenn es essen will. Ja, es hat seine eigenen Funktionen, mit denen es den Menschen dient. Haben Sie schon viele rührende Geschichten über diese gefiederten Tiere gehört? Hier ist eine unerwartete Geschichte, die das Hühner-Leben aus einer für Menschen unerwarteten Perspektive zeigt. Der Farmbesitzer bemerkte eines Tages, dass eines seiner Hühner ziemlich gesprächig war. Anders als die anderen, es mochte nicht im Hühnerstall sitzen. Es bevorzugte es, über das Gelände zu schlendern und mit anderen Bewohnern des Bauernhofs zu interagieren. Doch an einem Tag begann es sich seltsam zu verhalten. Es hörte beispielsweise auf, den Besitzer bei seinen täglichen Rundgängen auf der Farm zu begleiten, spielte nicht mit anderen Tieren und wurde plötzlich ruhig. Es saß reglos in seinem Häuschen. Zuerst war der Mann nicht sehr besorgt darüber. Er dachte, dass sein Haustier später wieder mit ihm spazieren gehen würde. Doch auch nach einer Weile änderte sich die Situation nicht. Verwirrt bemerkte der Besitzer, dass das umherstreifende Huhn sich keinen Millimeter von seinem Nest bewegte. Was war mit ihm los, dachte der Bauer. Ist es krank? Er nährte sich dem Huhn und sah, dass es nicht so saß, wie normale Hühner auf ihren Eiern sitzen. Es schien jemanden zu bewachen, zu beschützen. Im Prinzip hätte es natürlich Eier ausbrüten können. Aber er wusste sehr gut, dass dieses Huhn überhaupt keine Eier legte. Was bewahrte es also? Leise, um die brütende Henne nicht zu erschrecken, nährte sich der Bauer dem Huhn. Er sah in das Nest und war buchstäblich vor Überraschung sprachlos. Es war ein Schock. In dem warmen Nest wimmelten Neugeborene. Kätzchen, wie waren sie zu der so fürsorglichen Henne gekommen? Der Mann vermutete, dass die Bauernkatze, die Nachwuchs erwartete, hier in dem warmen Hühnerstall Kätzchen zur Welt gebracht hatte. Und aus irgendeinem Grund die Neugeborenen dort zurückgelassen hatte. Die sanftmütige Henne wagte es nicht, die Kätzchen im Stich zu lassen und sie erfrieren zu lassen. Und sie hielt sie so gut sie konnte warm. Brauche ich zu erwähnen, wie glücklich der Bauer war? Erstens war sein geliebtes Huhn völlig gesund. Zweitens zeigte es seinen Charakter, demonstrierte wahre Güte, ohne die Welpen in eigene und fremde zu unterteilen. Diese ungewöhnliche Geschichte bricht die Vorstellungen von der Tierwelt. Nicht alles ist so, wie es auf den ersten Blick scheint. Und Liebe und Hilfe können manchmal von dort kommen, wo man es am wenigsten erwartet.